Willkommen bei PixnPox. Wir zeigen dir in diesem Video sehr genau, wie du den Sensor deiner Nikon D700 und anderer Modellen schonend und gründlich reinigst. Und jetzt legen wir los. Wir haben die Kamera, die D700, ein voll aufgeladener Akku, ein recht starker Blasebalk, und für die Reinigung Visible Dust Flüssigkeit oder Isopropanol aus der Apotheke, je nachdem was ihr benutzen möchtet. Vom selben Hersteller gibt es auch die Swabs, die ich benutzen werde. Diese gibt es auch in Vollformat Größe. Ich öffne schon mal die Verpackung, damit alles parat liegt und mache mir ein bisschen Platz zum Arbeiten. Stecken wir jetzt den Akku in die Kamera. Den Blasebalk werde ich heute nicht benutzen, denn bei extremer Verschmutzung wirbelt man den Staub in das Gehäuse nur herum. Jetzt nehmen wir den Kameradeckel ab, schalten diese ein und stellen sicher, dass der Akku auch wirklich vollgeladen ist. Gehen wir ins Menü und wählen System. Das ist das Symbol mit dem Schraubenschlüssel. Anschliessend im Untermenüpunkt Inspektion Reinigung. Wir werden aufgefordert auszulösen, der Spiegel klappt hoch und die Kamera ist bereit für die Reinigung. Keine Sorgen, der Spiegel bleibt eine ganze Weile oben. Ich bereite jetzt meinen Reinigungs-Web vor, hole den aus der Verpackung aber nicht ganz raus, so dass der Kopf sauber bleibt. Öffne die Flasche und Tröpfel ein paar Tropfen auf der Spitze. Beginnen wir jetzt die Sensorreinigung. Streicht ruhig ein paar Mal über den Sensor hin und her. Die Flüssigkeit trocknet sehr schnell und hinterlässt keine Spuren bei einem wirklich sauberen Sensor. Ansonsten sind ein paar Schlieren unter Umstände und Kometenartige Punkte zu sehen. Solltet ihr noch welche Spuren sehen, müsst ihr die Prozedur wiederholen, denn dann habt ihr den Dreck verteilt. So, sieht sauber aus. Ich überprüfe jetzt nur mit meinen Augen und eine schräg gerichtete Lampe. Sieht gut aus. Kamera ausschalten, Objektivdeckel wieder drauf und ihr seid fertig, nachdem ihr euren Arbeitsplatz aufgeräumt habt. Wir hoffen, es war leicht und verständlich erklärt. Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017